Verdaut war es erst mal schwierig, weil ich denke, wir waren die bessere Mannschaft. Normalerweise hätten wir das Ding gewinnen müssen. Sie haben, glaube ich, drei Chancen und machen drei Tore daraus aus Fehlern von uns. Aber wir haben uns das noch mal angeguckt und es gab viele Passagen, wo wir auch Positives daraus ziehen wollen und das wollen wir jetzt gegen Halle natürlich umsetzen. Nein, in dieser Liga ist ja eh nichts auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir wissen, dass auch jetzt morgen wieder ein harter Gegner auf uns zukommt, aber wir wissen auch, dass wir stark genug sind, um jede Mannschaft zu schlagen und gerade auch hier zu Hause mit dem Publikum zählt nur eins ein Dreier. Also liebe Fans, ihr seid herzlich aufgerufen, kommt ins Stadion, unterstützt uns. Wir brauchen euch, damit wir die drei Punkte hier behalten. Also liebeiks, ihr seid wollt. Vielen Dank.